Willkommen zurück zu einer weiteren strahlenden Folge Alan Wake 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Bewerten, kommentieren. Hashtag streichel den Elch. Ist gar kein Elch. Ist ein Reh. Ich wusste es sogar. Keine Ahnung. Elche sind niedlich. Findet irgendjemand da draußen Elche niedlich? Bestimmt. Bestimmt. Es gibt bestimmt große Elchfreunde. So, wir sind hier stehen geblieben und wir haben den Schlüssel von der guten alten Rose. Wir können uns hier jetzt ein bisschen umsehen, alles ein bisschen genauer analysieren. Wir können hier zum Beispiel diese Schublade öffnen, in der sich rein gar nichts befindet. Super mega spannend. Aber wir können auch diese Batterien looten. Boah, ist ja alles milchig trüb, ne? Oh Mann. Oh Gott. Verwüstet Hotelzimmer und ruinierte Pools. Die Menge tobt auf der Old Gods of Asgard Tour. Die Rock'n'Roll Band Old Gods of Asgard hinterlässt auf ihrer treffend benannten Ragnarök-Tournee durch die größten Städte der USA ein Chaos. Die Band bricht ihre Verkaufsrekorde, ihre Singles stehen an der Spitze der Charts und ihr letztes Konzert in Long Beach, California war ausverkauft. Die Fans bewiesen ihre Begeisterung für die verwegenen Rocker, indem sie die Bühne mit spitzen Desous, schwarzen Rosen und sogar vollen Bierflaschen bewarfen. Die Stars selbst ließen sich davon nicht beirren, sondern nahmen die Verehrung an und legten mit solcher Begeisterung einen Song nach dem anderen hin, dass das Publikum durchatmen musste, um mit den Brüdern Anderson und ihren Bandkollegen mithalten zu können. Die Musiker spielt nach dem Konzert unter anderem in einem Pool in einer privaten Wohngegend, der gelehrt und gereinigt werden musste und in einem Hotelzimmer, das fast auf klassische Art und Weise völlig verwüstet wurde, ganz zu schweigen von der lang nicht bezahlten Rechnung für den Zimmerservice. Die Band entwickelt sich schnell zu einem ernsthaften Konkurrenten für die legendären Rock-Bands, die vor ihr in die Hall of Fame aufgenommen wurden. Old Gods of Asgard feiert wie ihr Namensgeber und liefern eine Performance wie keine zweite Band. Besuchen sie auf jeden Fall auf ihrer Tour und werden sie Zeuge, wie Rockgeschichte geschrieben wird. Bandmitglieder der Old Gods of Asgard verstorben. Die legendäre Heavy-Rock-Band Old Gods of Asgard traut um ihren begnadeten Gitarristen Bob Balder, Fat Bob. Wie er liebevoll und ironisch genannt wurde, starb an den Komplikationen einer schweren Krankheit. Der ruhige Musiker lässt seine Bandkollegen Odin und Thor Anderson zurück und wird schmerzlich vermisst werden, auch von den zahlreichen Fans der Band. Auf die Frage zu seinem Verlust sagte Thor Anderson folgendes. Nimm das Schimpfwort aus meinem Gesicht. Balder ist jetzt in Valhalla, er hat den Krebs heldenhaft bekämpft. Bob war für diese Welt eine zu schöne Seele, fügte Odin hinzu. Was dies für die Band und ihr kommendes Album bedeutet, bleibt abzuwarten. Rockmusik ist die uralte Sprache der Seele, meint der Liedsänger der Old Gods of Asgard. Kann ich nur so unterschreiben. Ich treffe mich mit den Anderson-Brüdern von Old Gods of Asgard in der Lobby eines heruntergekommenen Hotels, irgendwo in der Innenstadt von Detroit. Die derzeit auf ihrer Ragnarök-Hit-Tour befindlichen Bandmitglieder haben nur einen Augenblick Zeit für einen jungen Journalisten und seine Fragen, bevor sie sich auf dem Weg zum Soundcheck für ihr Konzert heute Abend begeben. Frage, wie war der Empfang? Thor, unglaublich. Die Fans wissen, worum es uns geht. Sie kapieren den Rock'n'Roll, sie begreifen die Stimmung, sie wissen, dass wir nicht hier sind, um zensiert. Odin, das ist zensiert, richtig. Frage, warum macht ihr, was ihr macht? Thor, lautes Lachen, ich sehe, du bist neu dabei, Freundchen. Warum tut jemand, was er tut? Für den Ruhm und die Ehre, für das Geld und den Sex oder weil man etwas in sich hat, das zensiert hervorbrechen wird, wenn man nicht anfängt, es zu benutzen? Odin, es ist das Letztere, also die Drogen. Das ist eine tolle Antwort. Wie sieht es denn dann mit der Musik aus? Was fasziniert sie an der Musik? Das sollte wohl ganz zensiert klar sein. Das langweilt mich zu Tode, Bruder, lass uns weitermachen. Odin, sorry, er ist immer so ungeduldig. Als sie aufstehen und um zum draußen wartenden Tourbus zu gehen, drehen sich die beiden Über-Rocker für ein letztes Zitat um. Thor, Musik, besonders Rock'n'Roll, ist die alte Sprache der Seele, Mann. Sie ist in mir, sie ist göttlich und sie kommt heraus wie ein Donnerwetter. Ja, all right. Ganz viele Rock-Interviews. Das sind halt noch so richtige Rocker, vor denen man Respekt hat, die man huldigen will. Dankeschön für den Jumpscare. Das ist sie. Aber sie ist weg. Cynthia hat die Platte. Cynthia hat sie. Sie wird mir sagen, wo ich sie finde. Wird sie das in deinem Gedankenrefugium? Cynthia hat es auf Thor abgesehen. Warum auf ihn? Kümmere dich um den Füßen, Anderson. Sein Herz war gebrochen. Annulliert. Lücken taten sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Wo ist Angers Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein U-verliebtes Mädchen. Ein Rock'n'Roll-Klischee. Die Schatten erwarten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Okay, dann foltern wir sie. Angers Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Im dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verklotzt. Sie schrie. Schon wieder in der Badewanne. Wie bei Alan Wake. Die Platte Angers Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Angers Remorse fehlt. Wer nahm sie mit? Unsere Scham wird zum fahlen Pferd. Oh, Thor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Und Cynthia möchte ihn damit ruinieren. Sie hat Thor verführt. Vor Jahren bekämpft wie eine kratzende Hexe. Jetzt ist da wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Endes und weniger. Das wird nicht passieren. Cynthia hat Thor im Übergang. Angers Remorse ist der Schlüssel. Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Alright. Was gibt's hier noch? Übergang Ritual. Schallplatte. Was kommt hier hin? What? Hier mal? Übergangs Ritual. War da Bams? Der Seite wird sich die Platte im Übergang öffnen. Oder bestimmt die Seite ist vorher. Spiele ich die Geschichte nur mit? Zack. Eine Badewanne. Ein Teich. Ein See. Es gibt einen roten Faden. Ja. Schmutzige Schmuddelwasser aus Bright Falls. Tja. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo war denn ihr Zimmer? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Lass mich hier ganz kurz speichern. Auf Nummer sicher gehen. Ich weiß ja nie. Das ist Tors Zimmer. Donners Zimmer. Odin. Durchhalten. Ich werde Tora retten. Mandy May. Gail. Warum ist jetzt auf einmal so eine angespannte Melodie hier am Start? Wieler gründete mit den Verkäufen ihres Greatest Hits Albums eine Stiftung. Er nutzte das Geld, um ein Pflegeheim zu bauen. Die alten Männer hatten es verdient. Ein altes Herrenhaus in Bright Falls. Wieler beauftragte einen Bauunternehmer, der es zu einem Altenpflegeheim umbauen sollte. In diesem Moment fühlte Wieler sich gut. Er hatte ein Herz aus Gold. Kein Grund für Schuldgefühle. Wieler überließ die Arbeit dem Bauunternehmer und kehrte nach New York City zurück. Er hatte seinen Teil getan. Zeit für ein neues Kapitel. Die Bauunternehmer fanden heraus, dass Wieler für immer weg war. Sie nahmen das Geld und flohen. Als der Herbstregen kam, traten die ersten Lecks auf. Eine Seite. Ganz viele Schubladen, die man nicht looten darf. Okay. Norman. Oh, Alter. Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen. Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst den Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf. Man weiß nie, wo sich das Böse versteckt. Der Keller. Danke. Der Generator. Der alte Rabe. Wie komme ich am besten zum Keller? Das ist Seniorenheim. Ich will aber nicht durch dieses ganze Seniorenheim. Komme ich hier jetzt durch? Ich muss das zerschneiden. Nee, aber vielleicht auf der anderen Seite. Da, die Tür. Die Tür. Okay, die ist sogar offen. Was sind das für Geräusche? Das ist sehr beunruhigend. Alter, was ist denn mit der Oma? Verdammt. Ich habe schon so viele Kugeln gefressen. Geh drauf, Alter. Geh drauf. Irgendwas an Loot verloren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das ist das Pflegeheim, ne? Wo war der Kellereingang? Wo war der Kellereingang? Ich habe hier noch eins gefunden. Wo war denn die Parkbank? Wo die... Ja, hier. Und dann war hier der Eingang zum Keller. All right. Wow, ey. Oma. Ich muss den Strom wieder einschalten. Aber wo? Na, hier waren wir ja schon drin. Ich habe die Sicherung. Aber wo muss die Sicherung rein? Wo muss sie rein? Ah, hier. So. Der Strom ist wieder an. Viel, viel besser. Ach ja, ich wollte noch das Gewehr mir holen. Oh, Gewehr, Gewehr, Gewehr. Irgendwo soll ich über die Keycard an den Schlüssel rankommen. Haben die Leute geschrieben. Dass ich das wohl jetzt schon holen kann. Was ist das hier für... Diabolische Laute? Mal die Karte. Nachgedrückt halten. Da ist das Gewehr. Ja. Herrenhaus. Computer. Na, hier waren wir drin. Uns fehlt so ein Knauf. Tür ist an sich offen. Aber irgendwie fehlt uns der Knauf. Frage ist nur, wo... Wo kann ich mir den holen? Ah. Gefunden. Der Einzige Ort, an dem wir nämlich noch nicht drin waren. Na, cool. Ne, hier ist sonst nichts. Dann haben wir jetzt auch ein Gewehr. Mehr Waffen ist immer gut. Kann man jemals zu wenig Waffen haben? I don't think so. I don't think so. Ilmo war nervös. Seine Handflächen waren feucht. Er senkte sein Telefon. Mulligan, heb nicht ab! Jako schüttelte den Kopf und deutete auf sein eigenes Telefon. Thornton auch nicht. Ilmo gefiel das nicht. Auch in der Werkstatt in Watery ging niemand ans Telefon. Irgendwas war los. Es musste der Schriftsteller sein. Das musste einfach so sein. Die Koskeller-Brüder kauerten im Gebüsch gegenüber der Elderwood Palace Lodge, deren Lichter in der Nacht leuchteten. Sie konnten nicht länger warten. Sie wussten, dass Saga in Watery war, um ihren Wohnwagen aufzusuchen. Jetzt zu gehen war die einzige Chance, es zu tun, ohne sie zu verletzen. Ilmo stand auf und eine Schar von Hirschmasken fixierte ihn. Okay, es geht los. Der Schriftsteller ist das Ziel. Wenn er ausgeschaltet wird, ist alles vorbei. Er schießt den Fäden nur, wenn es sein muss. Dies ist unser großer Moment. Wir wachen in der Nacht. Die Menge stimmte mit ein. Ilmo drehte sich zum Hotel um. Er konnte Sagas Partner im Fenster sehen. Ilmo klopfte seinen Bruder auf die Schulter. Die Brüder setzten ihre Masken auf. Der Kult des Baumes war bereit. Alles hat Alan geschrieben. Was bringt es eigentlich mit, die Dinger zu streicheln? Bereit für den Kampf? Gewehr mit fünf Schuss. Nice. Gut, dann hätten wir auch dies. Damit keiner sagen kann, oh, der Kies, der ist mir da wieder durchgerannt und hat nicht das Gewehr geholt. Ungenießbar, ungenießbar, das Let's Play. Wo war der Eingang? Hier an der Seite. Ja, aber irgendwann muss ich hier noch einen Bolzenschneider bekommen, ne? Irgendwann. Es war zu spät. All right. Alles noch weiter oben? Ja, ne? Wir können nicht speichern. Na, wird schon klappen. Oh, Türgriff behält man sogar. Es ist... Oh Gott. Die Oma macht mich fertig. Heißt es, wir... Wir bekommen nochmal eine Tür, wo wir das eventuell brauchen? Ich habe das Gefühl, dass mir hier Kontext fehlt. Ein Kraftwerk? Naja, jeder hat sein Hobby. Eine Laterne. Hat Cynthia sie zum Schutz verwendet? Wusste sie vom Dunkel? Hier drüben ist auf jeden Fall Zane. Cynthia war wohl nicht sehr begeistert von der Frau auf diesem Foto. Mehr geht hier nicht. Thor ist ein Romantiker, hm? Für eine sehr besondere Frau, Thor. Das Dunkel nutzt die Erinnerung und Ängste der Menschen, um sie zu verderben. Toms Lampe ist weg. Die Lampe, auf der... Er... Auf der ein Engel abgebildet ist. Er hat sie geliebt. Sie ist aus seinem Zimmer verschwunden. Die Dunkelheit ist hier. Nach all den Jahren. Sie hat Toms Lampe mitgenommen. Ich weiß, dass sie es war. Immer mehr Licht. Lichter gehen aus. Es gibt niemanden mehr, der sie aufhalten kann. Alleine schaffe ich es nicht. Nicht mehr. Jetzt habe ich gar nichts mehr von Tom. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche Toms Lampe zurück. Ich brauche Tom zurück. Die Schatten bewegen sich. Es gibt kein Licht mehr. Keine Lampen mehr. Ich kann das Zimmer nicht verlassen. Jemand hat die Tür verschlossen. War ich das? Vielleicht war es Tom. Wahrscheinlich wollte er mich damit beschützen. Es ist so ein... Er ist so ein rücksichtsvoller Mann. Barbara hat ihn nicht verdient. Tom verdient so viel mehr. Wo ist Toms Lampe hin? Einmal gehört sie mir. Einmal gehörte sie mir. Ich glaube, er hat sie zurückgenommen. Das ist schon in Ordnung. Schließlich gehört sie ja ihm. Bewegen sich die Schatten? Habe ich das geschrieben? Das ist doch Unsinn. Es gibt keine Schatten. Es gibt nur uns. Tom und mich für immer. Ich habe etwas Lustiges gefunden. Als ich dort unten war, einen Zeitungsartikel über Tom. Aber es hieß, er sei ein Filmemacher. Tom hat keine Filme gedreht. Er war ein Dichter. Ein hervorragender noch dazu. Ich stöbe herum und fand eine Filmausrüstung, die angeblich auch Tom gehört. Was ist hier los? Das stimmt nicht. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Okay, wir können Profiling wieder betreiben. Ein Damm? Hatte Cynthia Interesse am Bauwesen? Ein Damm? Noch eine Seite. Cynthia würde sich um den fiesen Anderson kümmern. Thor, der immer mit seinem Hammer auf die Leute einschlug. Er hat es verdient. Gedankenraum aktuell nicht verfügbar. Ich wollte nur die Manuskriptseite. Cynthia Weaver lächelte. Verloren ohne ihre Laterne? Unsinn. Cynthia fühlte sich benommen wie ein junges, verliebtes Mädchen. Cynthia hatte Thomas Zane geliebt. Tom hatte nur Augen für Barbara. Barbara brachte aber nur Ärger mit sich. Tom hatte es am Ende eingesehen. Cynthia war da gewesen, um ihn zu trösten. Und als er ging, wartete Cynthia. Jahre des Wartens. Jetzt war Tom zu ihr zurückgekommen. Sie würden jetzt zusammen sein. Die Welt sehen. Sie hatte immer davon geträumt, New York zu sehen. Jetzt waren sie dort, in einem schicken Hotel. Sie ließ ein Bad ein. Sie würde wie Barbara werden. Nein. Besser. Sie versank im dunklen Wasser. In Tom. Tom hatte Feinde, die sich gegen ihn verschworen hatten. Cynthia würde sich um den fiesen Anderson kümmern. Thor, der immer mit seinem Hammer auf die Leute einschlug. Er hatte es verdient. Für Tom würde sie alles tun. All right. Wir haben die Platte. Angus Remorse. Von Old Gods of Asgard. Muss ich auf der Jukebox abspielen. Alten Asgard-Götter. Ey, die Dunkelheit wird auch immer asozialer, ne? Hm. Eine Sache fehlt mir noch, interessanterweise. Aber was? Aber wie? Aber wo? Aber was? Lass uns mal ganz kurz hier reingucken. Vielleicht kommt das auch, wenn wir die Platte abspielen, ne? Mal so an sich. Haben wir alles. Die Schränke kann man nicht öffnen. Ich kann noch hier ein Profiling betreiben. Cynthia stand jemandem namens Thomas Zane nahe. Wer ist er? Tom war zurück. Tom hatte Feinde. In einem schicken Hotel. Nur seine Fantasie. Die Albträume schlichen sich ein. Cynthia Weaver lächelte. Eine alte Flamme? Vielleicht war Tom besessen. Maybe, baby. Hm. Die Tür interessiert mich. Wissen Sie etwas über den Kult des Baumes? Ja, ja. Wer nach einer Fichte greift, wird in einen Wacholder-Strauch stolpern. Blam gehörte zu Ihnen. Er ist gestorben. Ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken. Aber ich mag seine Schuhe. Alles klar, alter Mann. Oh, oh, weißt du was? Ausrüsten. Verwende ich jetzt. Ob ich die Gewehrmunition mitnehmen kann. Ein Schuss? Da muss das Gewehr aber richtig gut sein. Woher wussten Sie, dass Blam Teil des Kults ist? Ja, einem Fuchs gehen nie die Tricks aus. Reiz einen Verrückten und er wird sein wahres Gesicht zeigen. Blam redete gerne. Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. So, hier gibt es noch nichts. Speichern wir. Und ich würde sagen, hier ist ganz gut für einen kleinen Break. Wir sehen uns wieder in, ich glaube, die lege ich mal zwischen, in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Es ist so unglaublich wichtig, dass ihr kommentiert. Denn, ja, das ist die Magie, die ich brauche. Eure Magie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.